dann bleibst dann bleibst du geduckt und kannst auch shift loslassen das ist nice wie kannst du dich decken shift an die erste steuerung achtung ich habe fast kein leidner jetzt sagt nein ehr kollege ich hab auch jetzt gibt's aufs maul krasse mehr kill your victim is now and that ich habe kein umge- was your victim is now untot wie kann man sich jetzt noch mal ducken mist ich bin tot ähm steuerung ah was scheiß die wand an einfach mal so weggebasht d i e s e k t e äh ich kann den teleporter nicht benutzen was soll denn der was soll denn das gelappt nein tot mal gucken wenn ein ball hä soll dem moment sein well zombies naja gut dann muss ich eben scout sein dann halt doch mal ein Prozent wirklich zu blöd hat er hat schon richtig gesagt Mist ja ich hab ihn umgebracht haha nice da kommt ich brauch meinen ball ja ich hab ihn gekillt ne hab ihn nicht verdammt hauptsache der ist tot alter ich weiß was ich auch noch mit bring fürs let's äh let's eat was denn solche schokoladen peanut butter dinge ah ja jeder deutsche der hier war und hat peanut butter probiert hat fast angefangen zu kotzen weil das zeug einfach mal so eklig ist na äh es geht eigentlich meine mutter hatte das schon mal irgendwo her man kann es essen deutsche erdnuss butter ist komplett anders achso und das ist jetzt glaube ich eine neue map her erdnuss butter hier ist einfach nur erdnuss pulver oder so ein zeug und da haben sie mit butter das zeug alle nochmal die map nochmal die map ah ja ich bin ein zombie hey das ist geil was wo ich bin achso wow 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 von wo kommt der gut gut ich hab schon meinen zweiten kill wow was alter genau fresst staub genau fresst staub ja grafik bug mein feuerbremst ja einen hab ich einen hab ich es sind weißt du wie viele infizierte sind ne keine ahnung warte äh einer ist mir jetzt mehr noch am leben als infiziert alter wie sind die dort eine doch dort außen kann man ja mhm alter ich will dort hoch wo hoch wo hoch ja dort wo die anderen sind alter von wem kommt denn jetzt die musik alter wow gleich bin ich tot aber egal es hat sich gelohnt du bist schon lange tot du bist ein zombie noch toter als tot wusstest du dass die usa hat eine website was man tut bei einer zombie apokalypse wie man die andere am besten tötet ich glaube das hattest du mal erwähnt aber ich finde es trotzdem sinnlos na es ist komplett sinnlos nein ich habe meine muni verbraucht ach alter einfach mal weggebasht jetzt bin ich heavy jetzt geht's aufs maul du bist grad schön an mir vorbeigelaufen bist du du angie nein alter wo sind die typen leute ich sehe euch nicht vor allem ich habe 448 leben ich habe 150 kann man ja langlaufen alter ist der heavy langsam der heavy ist ja ultralangsam ich habe gesagt wir können rückwärts schneller laufen als durch vorwärts ja hey wieso verliere ich so viel leben was soll denn das noch eine minute 50 muss ich überleben schaffst du nicht schaffst du nicht los teufel ich glaube an dich äh äh nicht ah scheiße das zieht live die bälle ja haben wir doch vorhin schon festgestellt ich brenne ich brenne bän 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 ich bin letzter überlebender sein ich will überleben das wirst du aber hoffentlich nicht schaffen wieso nicht weil ich das sage du hast mich doch noch nicht mal gefunden alter aber doch was ist denn du Geld ich muss nur 50 sekunden überleben scheiße sind nur noch 4 40 sekunden ich habe nur 70 live in 30 sekunden alter tot gut die runde verlieren wir ja 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 ich gewinne ich gewinne ich gewinne wow genau wir sind am Arsch ne halt der war ja von uns nein 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 das heißt jawoll nein 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 wir haben verloren 8 sekunden alter 8 sekunden waren es noch ja das hätten wir schaffen können mal gucken was jetzt für eine schöne Map kommt 8 sekunden also wirklich 8 Sekunden nein es hat noch besser gekonnt na genau vor Frust gleich erstmals lassen ja ja das macht man da war und deswegen sieht es so aus wie er aussieht nightcrop sagt man nix kenne ich doch jetzt auch nicht zu bedag gefressen zum Frühstück dafür bacon und ich bin schon mal in rot gut 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 ich bin noch nie drauf aber es wird und leid äh ich brauche wieder ein gutes Versteck ich hoffe dass ich diesmal auch wieder rot bin na komm naja ich weiß nicht ob das so gut ist hier oh ich habe einen Gegenstand gefunden die Signalpistole yeah ah ich wurde ausgespawnt so ich bin Team Rode hier drinnen ich muss ja mal die ganzen Maps kennenlernen ja in 10 Sekunden 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 da gibt es ja auch noch einen einfachen Weg nach oben in dem Haus gegenüber von dem Runden hier ja naja gut solange ich hier nicht in die Todeszelle reinfalle ist alles ok wo bist du wo bist du in dem Runden in dem in der Scheune quasi bin ich oben im Dach drin ja ja da bist du naja da bist du hier drinnen hier wo ich jetzt hin sage ist eine Todeszelle dort darfst du auf keinen Fall rein da ja da ist nämlich auch gerade schon jemand drin dort kommst du nämlich sobald nie wieder raus eigentlich ich weiß das war das erste wo ich reingefallen bin ah nice diese Runde hier meine geile Waffe ey wo bist du hin ja also ich lauf ich lauf aufs Dach ich mag Dächer ich mag Dächer ich mag Dächer kann man hier auf die andere Seite springen ich spring einfach mal nein verdammt bin durchs Dach nahe gehachelt ich bin durchs Dach nahe gehachelt ihr Mößen da los verreckt alle wieso ja damit ich gewinnen hier mit meiner geilen Axt oh da unten war jemand ich habe ihn gesehen warum komme ich hier verfickt nochmal nicht hoch seid ihr denn gestört alter unter dir ist jemand musst du an ihm bist du das nee das ist es nicht du oh oh ich bin gerade am leuchten ja ich wurde gerade von Ball erwischt ja alter ich komme irgendwie nicht mehr hoch das wo schieße hallo wie geht es denn herren ich bin gerade durch grün nein 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 ich will mir erstmal ja ich bin auch grün jetzt geht es bei mir gerade wieder ja jetzt haben wir wieder einen Medic bekommen ich weiß nicht warum ich hier nicht aufs Dach springen kann ja dort kommt dort kommt ab und zu mal ein Medic musst du holen hinter dir hinter dir da sind da ist ein Zombie in der Tour des Zelle drin gewesen nice hinter dir war kommt ab und zu mal ein Medic oh Hilfe ich bin grün ich habe mit dem Endding keine Muni mehr ich brauche gleich Medic gut Medic ich gehe raus ich opfer mich ich nicht ich bin Feigling ich habe Angst Mami ich habe mir auch gemacht mach wieder